Musik Gollems sehen halt schon böse aus, die die Zwerge da so bauen. Ja, Sir. Welcher Mierse? Naja, wie gesagt, ich kann den Friedhof hier nutzen, um Truppen auszubilden. Also, meine Armee auszubilden. Was halt dauern wird. Soll ich aber jetzt schon mal damit anfangen? Um eine große schlagkräftige Armee zu machen? Weil meine Elfen heben halt nicht ewig. Hier ist noch eine Monsterhöhle. Hier ist noch ein Friedhof, den wir nutzen können. Der auch noch abseits vom Schuss ist. Hier ist ein magisches Loch. Ah, eine Wolfshöhle ist das eine hier nur. Also, So, eine noch. Da ist die... ...noch schon mal erledigt. Und ja, über den verlassenen Friedhof können wir leider nicht gehen. Also irgendwas tötet hier die Zombies. So, kriegen die schon mal eine Breitseite in der Leichte? Insgesamt vier haben sie. Und davon stehen zwei draußen rum. Mhm. I know this place. I know this place. Yes! At your service. We'll do our best. Two swords means double damage. No one will escape. We are the drill to our best. Sie wird zum Glück nicht mehr so gut getroffen. Die Paladine sind jedoch nervig gegen sie. Eyes right. Aim for the head. Aim for the head. As you please. Okay. Your order is clear. Das heißt, das seltene Lager... ...is immer noch neutral mit uns, aber... We're ready. It's important not to make a sound. Hm. Geht's hier oben lang? Ach, zum seltenen Lager. Ja, okay. I know this place. Die Koppelis macht uns ein gutes Angebot. Hm. Okay. At your service. Eyes right. Mal wieder große Höhenmonster. No one will escape. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Yes? Jetzt halt du dich erst mal selber. It's important not to make a sound. Ich weiß gerade nicht, ob sie Heilung auf sich selber anwenden kann. It's important not to make a sound. Scheinbar nicht. No one can compare with us. Okay, heilen kann sie ziemlich schnell. You're wish is our command. We're not richtig selber. Also hier ist die Schenke. Da ist noch eine Menschen-Siedlung. Da ist die Brücke. Okay, wir wollen allerdings... I know this place. Oh, die Karawane ist friedlich. Okay. Your order is clear. Your order is clear. Jetzt nicht mehr. Grah ist aber neutral. Hm. As you please. Noch eine Karawane. It's important not to make a sound. Hey Jungs. Weiter über Feuerbälle. Yes. Und Stress mit mir. Aim for the head. No one will escape. As you please. So. Your order is clear. Ja, eine menschliche Karawane zugegen. Macht Spaß. As you please. As you please. Ich will allerdings da hoch. Danke. 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 Und Grah ist neutral. I know this place. Also ja, vielleicht kann ich mich irgendwie... Auf die andere Seite begeben und dort alles auch clearn, ohne dabei in die Hauptpatrouille reinzurennen und meine Elf komplett zu verlieren. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Sehr in der Lage macht euch ein Angebot. Die brauchen von dem Worok-Lager hier ein Giftchen. Und wie sieht es mit dem Geld aus, was die haben? Statt Gold gar kein eigenes Gold sehr viel. Also eigentlich ist das mit dem Golden relativ gesehen. Wir müssen halt wirklich diese Friedhöfe hier dann nutzen, um an Truppen zu kommen. Grah macht uns ein Angebot. Einer Giering von der Wolfsgrube. As you please. Your order is clear. Yes. Your order is clear. As you please. It's important. Not to make a sound. So. As you please. Fall in. Eyes right. Was verkauft denn ihr so? Nix. Okay. It's important not to make a sound. Also ein Level haben wir es auf jeden Fall noch drin. Hier müssen wir noch ein bisschen warten. Da kommt schon wieder eine Karawane mit Heiltränken und allem möglichen an dem Friedhof hier vorbei. Achso, der Heiltrank ist hier reingeglutscht. Your wish is our command. Gut. Jetzt geben wir den Heiltrank ab. Äh, das Gift auch. As you please. Jetzt müssen wir das Nikolim-Fabrik erreichen. Also wie man sehen kann, ist hier auch eine Schmiede und alles. Wichtig ist es, diese Hauptstraße hier erstmal zu meiden. Zum Glück gibt es an dieser Hauptstraße keine wichtigen Gebäude. Äh, Hilfe. I know this place as you please. Your order is clear. Ist das nur ein paar Zwergenkrieger? Ah. I know this place. Ja, das nur ein paar Zwergenkrieger sind, ist das gut. No one will escape. We can do it together. As you please. Mein paar Zwergenkrieger, die bolz ich locker um. Einen Golem hingegen. I know this place. Möchte ich im Augenblick nicht über dem Weg laufen. Solange ich es vermeiden kann. Ich bin lustig, wohin der abbiegt. Ich bin noch an dem Knoten vorbei, hier auf die Kreuzung. Wenn es geht. Wenn es geht. Ja, diese Map ist auch nicht sonderlich groß. Allerdings ist hier viel Zwergisches im Busch. Yes? Your order is clear. Also ja, da oben ist noch ein Energieknoten. Da ist die, das Warrock-Lager, das eine. Und da hinten ist das andere Warrock-Lager. Hier in der Nähe von meiner Necropolis. Ach, hier sind zwei sogar. As you please. Ja gut, das gucken wir uns dann alles an, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wir speichern hier jetzt mal. Das wäre LP13. Let's play 13, ja. Machen wir es schon konform. Let's play 0.13. Speichern. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.